Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich hier zurück zu die Polizei. Wir sind letztes Mal leider degradiert worden, weil ich irgendwie in einen Passanten reingefahren bin, aber egal. Und nun müssen wir uns erstmal zunächst um die Schlägerei hier kümmern, die auch gleich um die Ecke irgendwie ist. Wir sollen möglichst beide festnehmen, aber das kriegen wir glaube ich hin, ne? So hier, fahren wir mal da rum. Ah, direkt hier vor dem Sasuna, die haben heute echt Spaß. Erst falsch geparkte Leute, jetzt noch eine Schlägerei. Oh, 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 Achtung. Interessiert ja auch keine Sau, ne? Da prügeln sich welche. Interessiert die nicht. Alder, Leute. Wir nehmen hier direkt mal die Ulrike. Mit ihrem Pfefferspray. So, Ulrike, lauf, den kriegen wir auch noch. So, guck mal wie einfach das geht. Jetzt haben wir die beide festgenommen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was das für Gestalten sind und wie die es wagen können. Wagen können hier vor dem Sasuna. Wo ist das denn? Oh, nicht so ganz vor dem Sasuna, aber sie lesen unsere Werbung. Jeder liest unsere Werbung. Das ist, das ist wahr. So, wer ist das denn hier? Nicken Niemann. Vorbestraft. Was prügelst du dir hier offen? Ihr versteht das nicht, ne? Ich verstehe die Leute nicht, wie die sich tagsüber hier einfach so... Wer bist du? Fabian Niemann. Ach, das sind auch noch Brüder, oder was? Ihr seid Kollegen? Sag mal. Oh, scheiße, er schwebt. Alder, Fabian, Mann. Hast du zu viel Bohnen gegessen, dass du hier gerade Auftrieb hast? Oder was ist da los? Guckt euch das an. Der schwebt. Der Fabian schwebt. Der leidet unter Schwebederidies. Der muss dringend abgeführt werden. Komm, ja, da kriegst du nochmal ein bisschen... Kriegst du noch ein bisschen... Ich darf nicht. Wenn die Gefäße sind, darf ich ihn nicht mehr quälen. Das ist sehr schade. Nimm mir erstmal hier den Schwebenden mit, ne? Oh, jetzt schwebt ihr jetzt beide? Ja. Oh, was für ein hübscher Motor hier, du. Wahnsinn. So, dann führ mal ab die zwei Kandidaten hier. Das geht auch nicht, ey. Das geht auch nicht. Ulrike, du bist mir nicht noch böse, ne, oder? Es tut mir leid, dass ich den Passanten... Ne, Ulrike war das ja. Ich hätte hier einfach den... Ja, letzten Part, ne? Einfach den Passantenumgang... Oh, habt ihr das gesehen, wie die gerade abgeflippt ist? So schnell habe ich die Frau noch nie laufen sehen. So, wir suchen weiter nach widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen oder Fahrzeugen ohne Nummer. Das hier sieht doch schon nicht gut aus. Wer hätte das gedacht? Einfach wieder hier scheiße geparkt, oh. Gleich abschleppen. Der gute A, B, A, C. Oh, hier nimm mal mit, ne? So. Ja, materialisiert sich wieder durchs Auto durch. Ist ganz normal. Oh, ne, warte. Wir fahren nicht über die Bürgersteige. Wären wir wieder suspendiert sonst. Dürfen die ganze Kacke nochmal machen. Oh, okay. Und los geht die Schose. So. Da. Das ist doch... Was ist das denn hier wieder? Guckt euch das an. Du kannst doch noch nicht... Oh, das gibt es ja wohl nicht. Da geht mir der Hut hoch, ne? Der Polizistenhut hier. Und die Ulrike auch. Die würde da wüten. Gleich abschleppen. Aber heute ist hier echt... Ich parke wie ein Arschloch-Day. Gibt es ja nicht, ey. So, Ulrike. Achtung. Geh mal aus dem Weg, weil der A, B, A, C. Der ist ja immer ein bisschen kaputt drauf. Muss man auch mal aufpassen. Sehr gut. So, heizen wir mal hier durch den... Wir sind vorsichtig und heizen niemanden um. Dann klappt das. Also das darf man nur als Experte machen hier, ne? Über die... Sonst gibt das Stress. Da. Da ist wieder Müll. Ich frag mich, wie die Leute das geschafft haben, das da abzustellen. Ohne, dass das wem aufgefallen ist. Ey, lass mal hier die Schrottkarre hier hinstellen. Das merkt auch keiner. So, abschleppen, ne? Aber ihr A, C, kriegt heute richtig was zu tun, ey. Da ist heute Durchsatz bei mir. Nimm mal mit hier, die Sau. Gut ist ja. So, ich muss mal grad gucken, was es hier noch so für Sachen gibt, ne? Wir haben hier Aufgaben. Das, was wir machen sollen. Drei von drei. Aber wir sind schon fertig mit der Aufgabe. Jetzt wissen wir auch, wo wir Aufgaben sehen können. Wenn ich jetzt Hauptmenü drücke, dann geht er wahrscheinlich ins Hauptmenü, ne? Hier kann ich die Karte zuklappen. Ich will jetzt eigentlich nicht drücken, ne? Ich muss nämlich mal rausfinden, ob man speichern kann. Das würde mich dann doch mal interessieren. Ah, jetzt regnet das hier wieder. Komm hier gleich rein in die Karre. Bringt ja nix. So. Unsere Abschleppmission haben wir schon mal abgeschlossen. Das heißt, das Tagesziel ist schon mal erreicht. Oh, Leute. Oh, Leute. Achtung. Seht ihr das denn hier nicht? Das gibt's doch nicht, ne? Also manche Leute, manche Leute, da willst du einfach nur diese Ausrasten. So, jetzt gucken wir mal. Ach, jawohl. Was ist denn hier noch so los, ne? Keine geistig verwirrten, keine Schießereien. Es wird mal so ein Banküberfall oder sowas. Irgendwas Cooles. Die hier den Schwachsinn hier abgefragte Autos abschleppen. Damit die Stadt schöner aussieht. Die sieht eh scheiße aus. Lass mich durch hier. Vorfahrt beachten, ne? Bullerei. Er hat immer Vorfahrt. Ach so, ein böses Wort, Bullerei. Polizei nennen wir das Ganze, ne? So, hier. Tja. Hier fährt auch niemand auffällig, sodass man sagen kann, wow, wie ich das... Oh, Bia. Haarscharf durch, ne? Muss man jetzt mal lobend anerkennen. Das war gut. Komm, jetzt muss hier doch irgendwas passieren. Guckt euch doch dieses Drogenloch hier an. Hier kann doch nur... Wow! Das war gefährlich. Ich kenne das langsam auch schon innen auswendig hier. Guckt euch mal da vorne die Schattenwand an. Hören Sie sie weg. Oh, oh, oh. Alles klar. Wird gemacht. Oh, oh, oh. Okay. Zwei Stück hier ineinander verwickelt. Machen wir mal gucken. Als erstes rufen wir mal, ne? Hier den Krankenwagen. Damit fängt man immer ganz gut an, ne? Hier, hol mal hier. So. Irgendwie ist hier nur noch eine Person, die darin verwickelt ist. Was ist mit der zweiten? Was ist mit der zweiten? Was ist mit der zweiten? Im zweiten Auto saß einfach keiner. So, hier, fragen wir mal. Kannst du auch beide auf einmal mitnehmen? Das will ich jetzt mal sehen. Ob du das auch schaffst. Oh, sieht nicht so aus. Jo, heiz ruhig alle weg, lass die Scheiße hier stehen, ne? Mach nix. Oh, der darf auch hier stehen bleiben, den soll ich gar nicht abschleppen. Der sieht ja noch gut aus, ne? Der ist ja, lass mal gucken. Ja. Oh, nee, da kommt, oh. Ich nehm alles zu, oh. Guck mal, da wollte ich mich schon über das Spiel lustig machen und dann kommt die Scheiße hier nochmal angekarrelt. Gibt's ja wohl nicht. Spiel, diesmal hast du gewonnen. Ja, diesmal, diesmal touché, ey. Na gut. Ich würde mal sagen, wir laufen jetzt einfach rum und scannen Leute. Was ist das denn für einer? Nils Zimmermann, okay. Nils ist in Ordnung. Du siehst doch schon aus wie so ein Verbrecher. Alles in Ordnung. Entschuldigen Sie, wir machen hier eine Durchfrage, sag ich schon. Eine Umfrage. Alles gut, okay. Und du? Fahrzeug ist zur Fahndung ausgeschrieben. Einfach mal was angeklickt. Oh, oh, oh. Warte. Warte, der rennt, der rennt. Festnehmen, abtransportieren. Und das Fahrzeug wieder auch. Oh, da ist auch schon der A-Bär. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Als würden die sich hierher transportieren, sag ich schon. Die haben so ein Portal irgendwie in ihrer... Oh, oh, oh. Da mercht es ineinander. Wunderschön. Ihr seht, man kriegt auch Arbeit, indem man einfach Autos scannt, ne? Man kann immer davon ausgehen, so alles... Jedes dritte Auto ist gestohlen. Ist in Ordnung. Wie sieht es bei dir aus? Sag ich doch. Ist zur Fahndung ausgeschrieben. Was macht die jetzt? Bleibt hier stehen. Okay, ich... Oh, jetzt rennt die weg. Die rennt erst weg, nachdem sie... So, ja. Hä, nimmt der das mit? Das wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Ich bin sehr verwirrt. Eka, wir werden die jetzt hier mal abholen lassen. Oh, was zur Hölle ist das denn für eine Werbung da? Mieten Sie diese Werbefläche. Okay, Versicherungen. Balanciert nicht durchs Leben. Wieso, richtig ganz witzig, gar nicht? Haben Sie sich richtig hier mal was ausgedacht, oh. Wahnsinn. So, ich glaube, wir hören jetzt mal auf, unsere Arbeit richtig zu machen und fahren wieder rum. Kein Bock da und Leute zu scannen. Wobei, die hier, sie sieht verdächtig aus. Die will ich noch scannen. Okay, und er? Er auch nicht. Okay. Na gut. Okay, ihr dürft weitergehen, ne? Ihr dürft weitergehen. Was ist das jetzt eigentlich? Was ist da mit? Sitzt da noch einer drin? Mal gucken, ist das jetzt... Keine relevanten Daten, aber fährt auch keiner mehr mit, ne? Ach doch, da sitzt einer drin. So, das hier sieht doch auch so richtig gestohlen aus, ne? Was mit dir? Auch gut. Auch gut. Auch gut. Und du? Okay. Auch gut. Ja gut, dann, ich hau mal ab, ne? Wir fahren auch mal wieder normal weiter. Das ist jetzt... Oh Gott, wie sie läuft, ey? Mein Gott. Wie läuft der Typ eigentlich? Ich muss gerade mal... Boah. Wie läufst du denn hier? Er läuft relativ normal. Dass ich die nicht auch einfach normal laufen lasse. Nein, die muss weiblich laufen. Und das muss natürlich komplett scheiße aussehen. Wahnsinn, ey. So, wir zuckeln uns mal huckelnd davon. Ich muss übrigens sagen, ich bin bei 35 Frames gerade. Und ich nehme ja noch mit auf, ne? Das muss man ja immer wieder damit zurechnen. Sagen wir mal, ohne Aufnahme hätten wir noch 5 Frames mehr oder so. Läuft richtig gut, das Game, ey. Da ist wieder das Sasuna. Oh, kacke. Seht ihr, wie da rechte Maustaste gedrückt hat? Hätte ich wieder aus Versehen beinahe umgeheizt hier. Linke Maustaste zum Umgucken, Fuchs. Links. So, hier kommen irgendwelche Notrufe oder so. Kann ich eigentlich auch aus dem Auto raus PDA? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Suchen Sie in der näheren Umgebung nach dem Täter. Nehmen Sie ihn fest und lassen Sie ihn abtransportieren. Aber ihr seht jetzt langsam, es wird ein bisschen repetitiv hier, ne? Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob wir nach dieser Folge noch eine Reiterre brauchen. Gut, wir haben jetzt noch nicht geschossen oder sowas. Aber das wird wahrscheinlich... Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Wenn ich vielleicht noch befördert werde nach diesem und dann mal was Cooleres machen darf. Schauen wir mal. Ich glaube nur, ich kann langsam nicht mehr viel dazu sagen, weil wir immer das Gleiche machen. Viel mehr kommentieren kann ich da dann auch schon nicht mehr. Außer... Oh, Gott. Aber ich muss jetzt mal wieder so sein, wenn man Bock hat, Polizei zu spielen und davon absieht, dass man hier permanent alle Leute einfach ungestraft besprayen kann. Ulrike, wir brauchen wieder dein Spray. Oh, Gott, wie die läuft. Ulrike, lern mal laufen, Mann. Das sieht ja aus, so. Guck dir das an. So, und Spray an den Mann. Wunderbar. Dann nimmst du ihn fest. Und dann rufen wir die Leute. Und schon ist die Mission. Es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen. Guck mal, den haben wir doch auch schon gesehen hier. Die haben wir doch gestern erst festgenommen. Was ist mit dir los? Was ist kein Leben? Lern doch mal aus deinen Fehlern. Guck dir das fest, wie der mit der Scheiße hier mit ist. Hört bei dir nicht auf, ne? Du hast erst mal scannt, wer das ist. Christian Kröger. Mhm. Grüß den anderen. Der hat das gleiche Hemd und die gleiche Hose und das gleiche Gesicht wie du. Oh ja, gut. So, wo ist unsere Karre? Da vorne, glaube ich. Oh, Alter. Frau, du, läuft, du. Dübel, 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 dü. Eigentlich können wir uns ja mal setzen, ne? Ich würde sagen, wir holen uns erst mal einen Kaffee. Komm auf. Lass mal, lass mal was essen. Hier ist doch eh nichts los momentan. Auf geht das. Und die Werbung müssen wir uns noch angucken. Fliegen sie günstig. Fliegen sie sicher. German Air. Scheiße. Das ist die Stadtbank. Hier können wir doch eigentlich bleiben, ne? Hier wird doch sicherlich irgendwann irgendwer das Ding überfallen. Das muss doch so sein. Fahrräder. Okay, wir müssen ja erst mal wieder irgendwie wegkommen auf die Straße. Da. Da ist Straße. So, das Ding sagt noch acht Minuten. Was sagt mein Handy? Noch sechs Minuten. Ich glaube, wir müssen wieder zwei Minuten überziehen heute. Und ich... Oh. Achtung, sie haben das ihnen zugewiesene Einsatzgebiet verlassen. Oh, Entschuldigung. Ich würde ja gerne mal was anderes sehen. Das ist so GTA-mäßig, ne? Ich muss erst die Stadt freispielen. Mama, man. Du, 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 du. So, hier. Du, 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 du. Gucken wir weiter nach falsch parkern und verdächtig aussehenden Leuten. Und hoffen auf fünf Sprüche. Also wieder viel zu ruhig. Ich geh mir mal gerade Kaffee holen. Ulrike, ne? Warte mal. Warte mal. Lass uns mal was. Lass uns mal was essen. Komm. Auf. Ja, komm. Das hältst ja nicht aus hier, ne? Oh, Werbung, Werbung. Kronenthaler. Hm. Köstliches Kronenthaler. Heiße Noten. Den Font kennt man ja auch, ne? Sie lesen unsere Werbung. Das ist richtig. Und das wieder German Air. Alles klar. Alles klar. Das sieht nicht so aus, als könnten wir hier was zu essen kaufen, Mann. Du Trottel. Ich guck mal kurz auf den Plan. Ja, okay. Wir sind hier. Glaub ich zumindest. Muss ich doch irgendwo, ich hab doch gerade so was Kioskähnliches gesehen. Muss doch irgendwo hier was zu essen. Da vorne. Da ist er doch. Da ist er doch. Mieten Sie diese Werbefläche? Ne, ne, ne. Ich wollte hier was essen. Morgen. Hallo. Wir hätten gerne einmal Currywurst, Pommes und einen Kaffee, ne? Oder? Wollst du einen Kaffee, ne? Jo, ich will einen Kaffee. Oh mein Gott. Bist du retarded. Jo, einmal Currywurst, Pommes und einen Kaffee, ne? Jo. Zufälligerweise schon fertig. Das nett. Das nett. Danke. Nehmen wir gleich mit. Kostet aber nichts. Wir sind Bullen. Tschüss, ne? Hau rein. Ich kriegst sonst hier mein Spray ins Gesicht. Gut. Oh, warte. Der sieht verdächtig aus. Felix Kohler. Na gut, okay. Okay, Felix. Alter, was hast du für eine Hose, Ando? Mein Gott. Die Jugend von heute, ne? Gut, ne? Dieses Fahrrad hier. Das ist doch auch widerrechtlich abgestellt, oder? Da ist er schon wieder. Der Felix Kohler. Oh. Wird zur Zeit gesucht. Hm. Oh, Messer. Will mich hier angreifen. Randalierer mal wieder. Werdee. Immer doch. Oh, die sind auch gleich da vorne irgendwo. Da brauchen wir auch nicht ins Auto gehen, ne? So. Alle Randalierer festnehmen. Ulrike ist wieder deine Sternstunde. Mit deinem Spray bist du einfach ultramächtig. Einfach alle ansprühen und dann passt das. Alter, was geht mit dir? So, den letzten kriegst du auch noch. So, das war's. Alle Randalierer sind festgenommen. Jetzt wollen wir euch doch erstmal scannen. Erstmal gucken, woran der Lied ihr denn überhaupt hier? Okay. Kongress Bank. Da würde ich auch randalieren, ne? Banken. Scheiß Banken. Ich kann euer Wut ja verstehen. Max Apple. Apple. Wenigen Randalierenden verhaftet. Wer bist du? Paul Harber. Oh, hier, Bank, wollten sie sich Geld holen, hier, ne? Und nix war's. Oh, ich scanne hier irgendwie gerade alle. So, dann wollen wir mal rufen hier. Such uns. Ich kann ja verstehen, wenn man kein Geld auf dem Konto hat, dann wird man wütend. Aber deswegen muss man hier nicht randalieren, Leute. Das hilft euch nicht, das hilft uns nicht. Erschwert nur unseren Job. Oh, nicht mal alle mit hier. Ich will irgendwas trinken, während ihr das macht. Oh, 500 Punkte wieder. Ich glaube, unser Versagen von gestern wird langsam hier wieder wettgemacht. Den interessieren die auch nicht, ne? Okay. So, wo war unsere Karre denn jetzt? Irgendwo da hinten. Ich war gerade am Currywurst essen, so war das. Aber dann habe ich die Karre irgendwo angehalten, weil ich dachte, jetzt gehen wir mal Currywurst kaufen. Und dann... Naja, dann ist es passiert, was passiert ist. Ey, der sieht doch schon so aus, als hätte er die Karre geklaut. Na gut, okay. Ausnahmsweise. Oh, wie die läuft? Ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Also wie nah kann ich dann ranzoomen? So nah und so weit weg. Alles klar, alles klar, alles klar. So, Karre steht sogar noch da. Wurde noch nicht geklaut. Erstaunlich. In der Stadt hier. Da und am randalieren, ne? So, wollen wir mal. Heute fahren wir mal auch mal nach der Straßenverkehrsordnung. Jo, erstmal aussteigen. Warte mal, du da. Stopp, 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 stopp. Okay. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir fahren weiter, wir fahren weiter. Hier ist DHL. Hotel. Oh, Wahnsinn, du. Wahnsinn. Was ist mit dir? Du bist alles in Ordnung. Hier ist wieder Werbung. Was sieht denn Fleurob-Werbung aus, ey? Natural Life. Und Flachland. Bei Flachland gibt's Flachen... Flaschenpfand? Ach, Flaschenland heißt das. Nicht Flachland. Flaschenland. Oh Mann, alle Leute. Wart für ne Werbung. Da. Da. Ihr steht hier schon die ganze Zeit rum. Das ist gruselig. Da wollen wir mal prüfen hier. Ob das denn so in Ordnung geht. Ich würde auch mal gehen mit sowas rumfahren. Das ist bestimmt cool. Okay. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und du? Nina Klein. Na ja, gut, Nina. Dann, na. Mind your own business und so, ne? Oder Ragnet ist wieder? Der Ragnet ist wieder. Oh, hier. Wir dürfen nicht über die Brücke fahren, sonst verlassen wir unser Auftragsgebiet. Oh, je. Ihr hört schon, der Part ist schon wieder rum. Aber wir machen noch bitte die Schicht zu Ende. Weil sonst weiß ich nicht, was passiert. Das müssen wir jetzt noch durchziehen. Also machen wir so 25 Minuten, wenn das wahrscheinlich werden. Wenn wir Glück haben, kommt auch kein Notruf mehr rein. Dann können wir pünktlich Schluss machen. Oh, das ist schon. Oh, je, je, je. Ja, wir müssen jetzt, das muss jetzt langsam enden. Weil ich auch nicht weiß, wie man speichert und das nicht riskieren will. Das probiere ich dann gleich mal aus, wenn der Part rum ist. Teile ich euch dann im nächsten Part mit, ob man speichern kann, um wie das geht. Ja, jetzt chillen wir hier rum, ne? Fangen wir ein bisschen rückwärts. Mal gucken, wie lange ich rückwärts fahren kann. Falls nur noch rückwärts. Das kommt bestimmt ganz gut. Oh, oh, oh. Oh, da bin ich gerade dran vorbeigefahren. Das ist genau wie im Film, ey. Richtig gut. Jetzt gucken wir erst mal. Wer bist du? Moritz Schmid. Im Verkehrsunfall verwickelt. Ja, gut, Moritz. Dann kriegst du erst mal den hier. Dann kriegst du den hier. Und dann lassen wir dich mal hier abtransportieren. Nimm mal den Moritz hier weg. Aber heißt sie hier nicht über die... Leute, ihr seht schon, dass so ein Verletzter auf dem Boden liegt, ne? Ja, ja, kümmern wir uns gleich ganz ruhig jetzt. Lass mich mal meinen Job machen, wie ich das immer mache, ne? Also Stress hier mal nicht. Unglaublich. Oh, okay. Der auf dem Boden liegende hat die Lichter seines Fahrzeugs aktiviert. Gut, dann würde ich mal sagen, holen wir noch den Abschleppwagen. Ne? Da ist er auch schon. Aber Achtung, hier liegt noch der Typ auf dem Boden, ne? Da kümmern wir uns gleich drum. Erst mal hier abschleppen. Sehr gut, sehr gut. So. Dann mal schön Feierabend auch schon mal, ne? Tschüss. Jo, jo, tschüss. So. So, was ist mit dir jetzt eigentlich? Wer bist du? Andreas Mahler. Der ist verletzt, ist der. Oh je. Dann rufen wir doch mal schnell den Krankenwagen. Weniger als eine Minute. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt nichts mehr. Dann haben wir es gleich geschafft. Und nehmt euch mal hier den... Jo, heiz. Über die Leute. Hier siehst du hier... Hallo. Mann ey. Huch, flippt der da rum. So, dann mal los. So, war ein guter Tag heute, oder? Jo, ne? War ganz in Ordnung. Ja, ich finde auch. Wenn jetzt nichts mehr reinkommt, haben wir gleich Schluss. Wahnsinn. So, machen wir es nochmal. Gehen wir noch ein bisschen spazieren. Wenn sie so normal geht, geht das ja, ne? Sie shakt natürlich extremst doll mit ihrem Arsch. Aber sonst geht's. Aber wenn sie rennt... Sieht furchtbar aus. So, jetzt komm. Macht zu Ende. Ich will den Part beenden. Ich will euch freilassen. Weil so schlimm ist es ja noch nicht. Hier ist noch nicht viel abgefallen, was passiert. Außer, dass die KI halt drotze ist. Und naja, es sieht halt aus, wie es aussieht. Aber es sieht, für ein Simulationsding sieht das in Ordnung aus. Ist das eigentlich ganz in Ordnung? Wenn man Bock hat, Polizist zu spielen, dann... Oh, da haben wir es auch schon. Ein Streifendienstschicht. 13 vor 13 Minuten sind abgeschlossen. Oh, wir waren ja richtig fleißig, Alter. Und eine Belobigung. Und eine Auszeichnung. Ihnen wurden insgesamt zwei Belobigungen ausgegeben. Sie erhalten eine Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch. Beförderung. Sie haben sich erfolgreich im Dienst bewahrt und werden befördert. Herzlichen Glückwunsch. Neuer Rang, jetzt sind wir Streifenpolizist. So, weiter geht's dann aber erst im nächsten. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Daumen da. Kommentare und Feedback natürlich auch immer gern unter dem Video. Und ansonsten viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Part als Streifenpolizist. Tschüss, euer Blaufuchs.